hallo leute und herzlich willkommen bei einer neuen folge minecraft endergames heute mit marcel ja heute bist mal wieder du dabei ich habe das kit kaktus heute mal nach einem jahr ja wir haben echt schon länger nicht aufgenommen echt lange aber es gibt mich noch ich bin noch hier ja ich bin noch lebendig ja da habe ich mir einfach so gedacht ja komm dann reden wir mal wieder und nehmen wir wieder mal auf und ich habe immer noch keine kiste mehr ich werde sterben ich spüre es in der matrix alles klar ich habe das kit kaktus leute das habe ich das habe ich letztes mal gewonnen also eigentlich mein bruder hat halt mit dem account gerade früher gespielt also gestern eigentlich ich spiele immer vom koffer account manchmal er dann hat er einfach so ein einfach eine kiste gekauft haben war ist auf einmal kaktus hier gewesen ich habe auch noch ein foto davon also das nächste mal mega nice ich bin wir auf einem anderen server und dann spiel ich mit meinem haupt account weil da habe ich ein richtig geilen skin oh scheiße ihr sollt laufen noch mehr ich habe drei dias ich bin tot was schon ja ich hatte einfach gar nichts alles kriegt schaden oder warum krieg schaden alter was habe ich denn jetzt gemacht alles klar weg gelaufen wo ich gesagt habe vorsicht hinter dir auch mal ich kann mit dem kit gar nicht spielen das ist scheiße ich weiß nicht mal was mir das bringt da gehen wir mal in der andere und rein so dass in meiner nächsten runde ich habe gerade 25er ping alter läuft bei mir geil ich habe einfach zwei enderperlen instant ich habe lava einmal ich habe jetzt känguru wieder genommen weil ich kann mit kaktus überhaupt nicht spielen leute das ist einfach so heftig ist einfach so richtig krass ich finde die ist einfach so richtig hart op ich habe ganz viele kits eigentlich also ich würde dir empfehlen die zu holen oder endermine ist auch nice weil mit die für nur eine kiste gut ist kriegt da noch speed zwei alter nein und was automatisch alles gelootet also er gibt es auch ein heck der das kann glaube ich ja autoloot oder wenn die zuschauer wissen keine ahnung ich glaube man nennt es automatisch könnte sein wenn du das video schaust ich hasse dich alle wenn der ernst muss schnell was kaufen ich habe auch schon länger nicht mit constantin geredet aber irgendwie ich weiß nicht so also ich habe auch keine lust mit ihm zu reden wenn er mit mir reden will wenn ich weg tschüss da will ich da will mich einer verfolgen die ist doch krass schön für dich ich sammle die pfeile ein oh mein gott was mache ich gerade bullshit nein alter was mache ich denn für eine scheiße ich habe gerade gar nicht geguckt alter nein was habe ich denn jetzt gerade gemacht ich verfolge hier gerade einen ich bin gerade einfach so gelaufen habe ich so erfüllt komm her ender perle scheiß ender perle ich habe keine misset ich glaube du wirst du wirst getauscht gleich oder wahrscheinlich ich schau mal schnell alter neu ja ich wurde gerade getauscht oh cool items ja einfach so oh cool items meins ich habe vorher weniger achievements ich hatte mal mehr aber wer hat hier den wald angezündet wer ist so ein untermensch alles klar ich habe auf jeden fall das dago sap texture pack gerade drin ich auch das ist mega nice bei mir habe ich das gefühl die erfahrungsflächen sind ein bisschen geklaut wir haben mal ich glaube ein paar sind ein bisschen geklaut aber ich finde das pack trotzdem sehr nice weil ich glaube das in die von Specs aber bloß noch verpixelter ja ein bisschen abgeändert ja halt pixelter 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 au untermensch alter scheiß untermensch scheiß untermensch scheiß typ ja ich weiß ja geil scheiß regeneration er war berserker was bringt das kid keine ahnung BERSERKER ich habe gar nicht so viele köpfe leute naja geht jetzt ja ich habe schon mal geklaut alles verkauft warte wenn du hast warte ich guck mal BERSERKER du hast Dieb alter Dieb warte wo ist das ist der Flint über Ungeheuer achso ja hier habe ich gerade gesehen BERSERKER 12 Sekunden Speedboost erhält durch das Töten von Mob oder Gegnern einen 10 Sekunden Resistenz Effekt dieser Effekt verstärkt sich sobald mehrere Kills nacheinander gemacht werden Ausrüstung keine aber weißt was ein cooles Kid ist Bomber alles gleich wird gekickt Nein Bruder alles klar man Leute ich muss echt wieder Premium holen Wollen wir zum Abschluss noch eine Skywars ja ok mach mal ich werde eh widerstellen wenn mein Internet scheiß ist alles klar also meins ist jetzt mega nice geworden hast du es gekauft oder deine Eltern meine Eltern eigentlich du präsentierst es so stark als hättest du es gekauft nee aber ich finde es geil weil das richtig gut jetzt geworden ist weil ich jetzt ja streamen kann und so weiter schon eine tolle Map zum Abschluss ja zum Beispiel Bradur oder so weil früher konnte ich ja nie früher konnte ich nie streamen irgendwie aber jetzt schon ja doch es hat dann gelaggt ja damals bei der schlechten Leitung geht das halt nicht ich habe jetzt hier Tank weißt du du hast ja Assassine glaub ich hast du ich hab Tank Zauberer Maurer ja ich hab Assassine ich hab Assassine ich hab sogar Ritter ey ich glaub Ritter ist weißt du das geht Geist wurde halt runter gemacht das hier das fand ich so richtig scheiße was Geist warte mal ich muss mal gucken ja ich hab mir damals Geist gekauft ich hab Bauer ich hab Bauer alter was bringt das hab ich glaube ich gewonnen ich kauf mir nicht irgendeine scheiße Tank hab ich mir gekauft Wolfsjunge hab ich ich nehme zufälliges Kit Craft hab ich auch erst gleich die Challenge mach ein zufälliges Kit ja ok ich mache ein zufälliges Kit und ich bekomme Perfekt Assassine Tank Tank alles gleich hast du das das letzte mal benutzt? eigentlich schon aber ich habe auch zufälliges Kit gemacht ja das ist halt so buggy erste Runde zufälliges Kit ist sicher auch das gleiche wie das letzte mal ach so ja aber Tank ist halt ein nices Kit hier man hier ist Enderpearl ach so ja ach so ich hab hier 6 Diamanten Leute mega nice und noch 4 Erfahrungsflashen ja ok die sind auch ein bisschen geklaut aber kann ist ja auch egal Mann ich bin hier drüben hi ich nehme kurz die Enderpearl ich mach mir jetzt ein Diamantschwert oder? ach Opfer ach man oh Hilfe 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 Halbes komm das schaffst du ach man der hat halbes Herz nein was ist ob du tot bist? er hat ein halbes Herz gehabt ja ich hatte auch ein halbes Herz wo ich weg gelaufen bin und dann willkommen zu einer neuen Folge von Best of Skywars mit Marcel ja ja das war echt geil das habe ich ja damals gemacht so ein Video mal vor allem so ja ich hatte auch nur ein halbes Herz oder weißt du wo oder weißt du wo jemand dabei war ja mit einem Hund ja oder weißt du so Hals Maul wo er es so gesagt hat Hals Maul ja das habe ich mal aufgenommen das war so lustig ich nehme jetzt wieder Tank einfach aber wo es zufällig war das war am lustigsten ich rede einfach so und dann sagt er einfach so Hals Maul ja das war geil also ich habe gerade einen Ping von 28 ok geht eigentlich wenn ich gucke und ich habe wahrscheinlich übel zu was war so dein Rekord keine Ahnung 1000 was meinst du am tiefsten oder am höchsten ja am tiefsten ja keine Ahnung 23 oder so 23 ok mein Rekord war 24 hatte ich mal auf dem Varus server sogar und das ist schon heftig also ich kann nie besser so als 25 haben ich komme aus Österreich ja Belgien ist näher an Deutschland dran ja ok Österreich ich wohne halt im Süden da ist das ein bisschen schwierig einen guten Pink zu haben ab in den Süden da ist ein guter Pink ein bisschen schwierig aber 25 ist ganz gut Leute für mich halt klein Deutschland ist das dann schon nicht mehr so mega willst du ich hab zwei da könnte so ein unter 20 Enderman krass Enderman will ich auch haben das hat der Stefan auch ich hab mir damals gekauft hey du Spacken Spackensalat hehehe wiebst du auch meistens die Sachen dann tschüss ihr Opfer erwartet muss mich heilen krass das ist den Killen äh das sind zwei ich versagt nein Vorsicht die waren sonst unter die Blöcke ich steck mich halt hoch ich stell mich einfach auf den Stein hi ich hätte es gern oh Gott oh Gott oh Gott ich hab mir hab einen ich bin tot Mann oh ne oh ne der zweite ist auch fast down nein das könnte mal wieder so ein typisches best off sein ja es wird auf jeden Fall noch ein best off kommen hab ich in nächster Zeit vor wieder ein paar best offs zu machen Leute so ich beende jetzt auf jeden Fall gleich die Aufnahme ich hatte sogar schon eher gedacht dass du ein komplettes mal ein komplettes best off machst so ein 2 Stunden best off mach mal so ein best off oh mein Gott zentox hd ist das zentox hd warte mal ich muss mal nachgucken Digga wieso sind bei mir so viele oh nein ich spring mal zu dir alter ist da grad echt zentox hd glaube ich alter ist das nicht es ist glaube ich der der das texturepac gerade gemacht hat glaube ich warte mal zentrox und der heißt warte mal wie heißt der ach jetzt ist er weg oder zentrox ja ich sehe den trox ne der ist jetzt weg da war aber grad so ein Typ der ist ne der hieß zentox glaube ich ach scheiße ich bin grad in eisgrün gegangen du wirst wahrscheinlich eh gekickt ja ok machen wir noch machen wir eine Runde noch ja ich geh aber dann in ne 2 Runde ja ok nein ich meine auch nicht Batuu weißt du dieses eine best of da war da waren wir so gut und in diesen sind wir einfach sind wir einfach so scheiße hä ja ja ne ich bin nicht reingekommen hä war mir leckt das ja ich habe halt kein premium mehr Leute ich muss mir echt mal wieder premium holen ich hätte euch erst so gern premium plus aber das kriege ich ja noch nicht so leicht ich glaube sogar nicht mal mit 2000 abonnieren kriegst du das weißt du hier heißt einfach so jemand 6 Uhr Hammer alles klar solche Leute würde ich wieder gerne ins Gesicht schlagen he 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 6 Uhr und der ist im klaren 7 Uhr he he Leute seht ihr das der ist im klaren 7 Uhr also er geht eben am 7 Uhr in die Schule ok weil wo ist dieser Typ und steht um 6 Uhr auf Spawn warte mal wo ist dieser Typ also in diesem Gang da ist er 7 Uhr ja um 6 Uhr stehe ich auf und um 7 Uhr gehe ich ins Bett ja das wäre ja mal mega nice krasser Typ der sehr früh ins Bett gehen muss ja ich gehe ich gehe immer meistens so 23 Uhr wenn ich Schule habe und wenn ich Ferien habe oder Wochenende gehe ich meistens immer so um 1 2 3 Uhr ich gehe um 10 ins Bett aber gucke nach YouTube bis zum Mitternacht ja ich gucke auch manchmal noch ein paar Videos dann an weil ich schaue auch gerne andere YouTuber an habe ich das wer bin ich ist echt mega nice geworden Leute das war mega nice guck mal ich schlag alle runter die hat Dogback ich bin Sensenmann alter nice ich bin der Sensenmann ich könnte auch mal alle Kids die ich habe durchspielen Leute ach man jetzt bräuchte ich echt mal eine Enderperle das ist eine Enderperle einfach mal eine Enderperle craften das wäre krass Schutz 2 habe ich schon das Schwert hat ja ok ich mache ein bisschen mehr Schaden als mein Steinschwert ne eine Enderperle craften das wäre krass mit Endstein ja so komm die zerficken wir aber Endstein kann man halt nicht warte ich geh kurz schnell nicht kalt vor sich alter das Kid ist aber mega nice wow ich habe gerade noch einen Schaden gehört ich gehe durch du hast 2 Leute runter gehauen alter das ist krass der ist in Lava nein ich habe ach man alter ich bin zu scheiß in Skywars nein sie hat ein halbes Herz gehabt Alter ich habe einfach 5 Kills gemacht krass da ist einer Cedric da ist einer Cedric ja so heißt mein Bruder auch ja wusste ich eigentlich schon aber egal vielleicht war es ja dein Bruder ne glaub nicht warte ich guck mal was ist der Job gerade achso ok ja Leute dann beende ich auf jeden Fall die Aufnahme hier kann ich auch mal wieder ne habe ich schon gemacht ok ich bin nice hier können wir hier habe ich auch aus einer Kiste habe ich jetzt echt Kaktus letztes Mal gezogen das war nice ist er ein seltenes ist er selten eigentlich glaube ich hier ist wieder 6 Uhr Leute wenn du vielleicht noch genug Coins hast mach doch noch einen Chester ne habe ich nicht ich habe nur 2000 ich fahre mir immer so 10.000 dann mache ich eine Kiste auf dann wieder 10.000 mache ich halt immer so Leute schau mal ganz kurz wieder ein Ping nach ok 34 jetzt geht der Ping ein bisschen hoch wieder aber jetzt geht er wieder ja 28 also mein Ping ist immer so zwischen 25 und 35 ja dann Leute dann würde ich einfach mal sagen sehen wir uns beim nächsten Video wieder ja das Video geht jetzt schon mega lange also ich werde jetzt ein bisschen längere Videos machen also bis zum nächsten Mal Ciao ay alscher ja 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 Untertitelung. BR 2018